Herzlich willkommen auf unserem virtuellen Messestand. Sehr gerne möchte ich Ihnen zeigen, warum wir der richtige Partner für Sie sind. Da ich Sie jetzt leider nicht nach Ihrem Bedarf und den Anforderungen Ihrer Applikation fragen kann, stelle ich Ihnen vor, was wir, mein Team und ich bieten. Wir nennen uns Industrial Drive Solutions. Entwickeln und produzieren kundenspezifische, bürstenbehaftete und bürstenlose Gleichstromantriebslösungen bis 1,6 Kilowatt. Je nach Anforderung von Stückzahl 1 lagerhaltig bis mehrere Millionen, Stück pro Jahr und Kunde. Wir bieten ein breites Sortiment von bereits vielfach bewährten Produkten über kundenspezifische Varianten bis hin zu einer komplett individuellen Antriebslösung in Ihrer Applikation. Durch unseren modularen Ansatz können wir mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung, bestehen aus Motor, Getriebe, Encoder, Bremse, Controller, Kommunikationsschnittstellen und so weiter, konfigurieren oder entwickeln. Wir arbeiten im Team. Sie stehen im Mittelpunkt und wir erarbeiten zusammen mit unseren Marktexperten, Applikationsingenieuren und Produktionsspezialisten die ideale Lösung, bestehend aus Hard- und Software. Support von der Entwicklung über Vertrieb und den Service leisten wir weltweit, sichergestellt durch unsere Niederlassungen und ein flächendeckendes Partnernetzwerk. Mehrere Produktionsstandorte weltweit sind selbstverständlich. Leider sind unsere Leistungen und Produkte oft nicht sichtbar. Deshalb haben wir für einige Applikationen unserer Hauptmarktsegmente eine Zeichnung erstellt und die Kampagne Bühle Motor Drives Your Life 24-7 gestartet. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ein paar Applikationen stelle ich Ihnen nun vor. Vielleicht ist auch Ihre dabei. Stellen Sie sich vor, Sie wachen am Morgen auf, die Jalousien fahren hoch, angetrieben mit Bühle-Motoren. Sie drücken sich einen Kaffee, schon der nächste Kontakt mit uns, bevor Sie anschließend ins Auto steigen, um auf die Arbeit zu fahren. Das richtige Fahrzeug hat eine Standheizung mit unseren Produkten. Auf dem Weg zur Arbeit geht es vorbei an Agriculture-Anwendungen, zum Beispiel einer Saatmaschine, bevor Sie dann den Weg mit dem Schnellzug fortsetzen. Plattform-Screen-Tours, Sicherheits-Gates oder auch Zugtüren, elektrifiziert mit Bühle-Motoren, schaffen Komfort und Sicherheit. Elektrische Sitzeinstellungen und Control-Panels in Flugzeugen, elektrifizierte Fensterbewegungen, Aufzugstüren, Automated Guided Vehicles, elektrische Lastenfahrräder, Bustüren sind weitere Anwendungen. Selbst in der Freizeit als auch im hohen Alter machen wir Ihnen das Leben leichter. Prüfen Sie, ob ich Ihnen nicht zu viel versprochen habe. Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig auf mehr machen. Challenge us! Prüfen Sie, auf correcting uns, Vielen Dank.